Mein Name ist Ute Festegen und ich bin Professorin für christliche Archäologie. Ich beschäftige mich mit den materiellen Zeugnissen des Christentums, also im Gegensatz zu der schriftlichen Überlieferung, über die meine kirchenhistorischen Kollegen forschen, und zwar eigentlich von der Entstehung des Christentums bis heute. Da haben wir in Erlangen eine ganz besondere Längsperspektive, dass wir also die materielle Kultur des Christentums von der Entstehungszeit, vom Frühchristentum bis heute erforschen. Das heißt, wir forschen über die Kirchenbauten, wir forschen über Bilder mit christlichen Inhalten, wir forschen über religiöse Praxis des Christentums, Heiligenverehrung, Haltung zum Bild und so weiter. Solche Dinge. Zum einen ist es hier ganz toll, dass die christliche Archäologie in verschiedenen Studiengängen eingebunden ist. Also wir haben Studierende aus den archäologischen Wissenschaften, aus einem Studiengang Kulturgeschichte des Christentums, aus den verschiedenen theologischen Studiengängen, Pfarramt, Lehramt. Wir haben Leute aus dem Master Mittelalter und Renaissance Studien und sogar Leute aus dem neuen Digital Humanity Studiengang. Und das bringt eine super interessante Arbeitsatmosphäre in den Lehrveranstaltungen, weil die Leute mit ihren verschiedenen Perspektiven und auch Interessen kommen. Das macht es unglaublich spannend zu studieren, glaube ich, aber auch zu lernen. Das ist toll. Und außerdem lohnt es sich auch, weil wir sehr offen sind für innovative Projekte, auch im Bereich der Lehre. Hatte ich schon gesagt, dass wir also zum Beispiel solche Sachen machen, wie das Inverted Classroom-Projekt, was im Sommersemester startet. Ist super, glaube ich. Gibt es sonst nirgends in der christlichen Archäologie.